Herzlich Willkommen! Heute Tag 15, wenn ich es recht erinnere, des Trip Unlimited Adventskalenders, in dem wir euch Dinge vorstellen, auf die wir nicht mehr verzichten wollen. Ob ihr die kauft oder nicht oder cool findet, heute die JBL Flip 4, eine Bluetooth Box. Richtig nett, hält richtig lange mit Akkuladung und ist wasserfest, bei dem Wetter, super. Könnt ihr also auch mit Schwimmen gehen, wenn ihr mit Musik schwimmen wollt. Mein Tipp für guten Sound unterwegs, die kleine JBL Flip 4 Wasserfest. Bis morgen!